Musik 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 Wir wollen wieder rausgehen und schnell woanders hinlaufen? Ja und halt besser Jetzt looter ich auch noch Wie ein Zombie oben? Ja Scheiße Ich verbinde mich schnell und dann renne ich raus. Wo bist du? Ich bin auch im unteren Stock weggerätet und unterbaut Ich stehe auf der Treppe Das Essen muss ich noch schnell nehmen Rennst du hinten raus, ja? Naja, ich weiß nicht Na, wenn du jetzt da sowieso verstehst, dann ist doch egal Ja, bin ich Okay, da bist du Wollen wir die echt verfolgen? Okay, wir versuchen es Ich weiß aber nicht wie die sich... Wenn, dann haben sie sich eh irgendwo hingelegt, das wird nicht schnell Ne Boah ne, es wird mir jetzt zu viel Ich als... Ja, jetzt gleich nicht mehr Oder du vielleicht noch, aber ich hab mich auf jeden Fall geredockt So 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 Warte auf den Spieler um zu erstellen, wo bist du grad? Okay Ich hab grad irgendwie die Schlüssel gehört Was sehe ich? Äh 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 Ich... achso Ja, ich bin grad irgendwie Ja, du bist? Ist mein Spiel grad ein wenig Trennen Spawnen Spawnen Da ist aber, glaub ich, auch voll Hab ich grad nicht drauf... Ja, ist voll Ich hab Schüsse Shit Ja, okay Versteck dich Die kommen aus der Richtung, wo die Typen langgelaufen sind Dann setze ich da auch wahrscheinlich immer noch Warten auf Spieler um zu erstellen, darum spawnt er denn jetzt nicht Hab ich vorhin auch ein bisschen warten müssen, aber dann ging's Dann warte ich... ah ja, ne, jetzt doch jetzt, ne, doch, ne, doch, ne, doch, ach, ich weiß das nicht World War doch, 16 Uhr Ne, 0 Uhr, 4 Uhr, 8 Uhr, 12 Uhr, 16 Uhr und 20 Uhr Oh ja, jetzt geht's Okay, requesting character Ja, da stehst du Okay Jetzt hockst du jetzt Und direkt von da vorne links kam's Okay, wollen wir zum... Wo bist du? Hinter dem Zaun Wollen wir zu dem roten Haus da vorne vorrücken? Du hast von rechts? Ja Jetzt Warte Und jetzt versuchen können wir ja nicht Wo bist du? Hinter mir, okay Wollen wir springen oder wollen wir ganz vorsichtig? Ich wäre einfach vorsichtig Ich wäre einfach vorsichtig Okay Ich will hinter diesen Wuchster kommen Aber ich glaube da hat sich halt was im... Wald bewegt Der hat mich nicht wirklich gesehen, der Zombie Doch So eine, jetzt blute ich schon wieder, ey Er rennt da drüben ins Haus Mach ich auch Okay, jetzt hat er mich Du bist nach oben, oder was? Ja Ich geh ja gleich da runter, lauf auch hinten raus und dann laufen wir da einmal rum, weißt du? Ja Weißt du was? Das Zombie läuft grad zu dir hoch Ja So Ey, vor allem so viele Leute arbeiten hier zusammen schon, ganz schön geil Ja Soll ich mal fragen, ob wir mitmachen können? Nachdem du drauf geschossen hast, oder was? Die wissen ja nicht, von wem und von wo auf die geschossen wurde Meinst du? Ne, ich würde denen selbst nicht trauen Meinst du, ja Ich werde jedenfalls Zeit in der Versuchung, die selbst wegzuschießen, weil die mir... Dass es eine Übermacht Ja, das stimmt Selbst wenn es nur einer wäre, der könnte uns beide schon erledigen Wenn du schnell genug bist Das stimmt Web du da, ich rell auf zum Boden Okay, hier drin liegt eine Lee-Anfield Standardrucksack, was zu essen Da kommen auf jeden Fall Zombies aus dem Wald, also Ja Noch mehr essen, noch mehr essen Also wenn du essen brauchst, dann könntest du das jetzt mitnehmen Oh, ein Kompass Alles gut Wenigsten etwas Das stimmt Hm, ich weiß ja nicht Wir sollten schon irgendwo hin, aber ich weiß natürlich wohin Ich weiß es auch nicht Ich würde es immer noch versuchen mit jetzt hier hinten über die Brücke rüber Weiter hinten Und versuchen den Typen da wegzuschießen Warum läufst du außen rum? Worum? Und das Haus? Na, weil ich jetzt hier außen rum laufen wollte Ich wollte nicht durch den Wald laufen, weil ich nicht weiß, ob die ja drin sind Okay Wir können auch gerne da durchlaufen, um zu riskieren und zu sterben, aber... Du bist so halb ums Haus drum herum gelaufen, das ist das Deswegen Okay Du wirst du? Ich stehe vorne an seiner Straße An da, okay, ich sehe dich Was sind 97 Meter bis zu dir? Krass Ne, 33 Ich habe mich gerade verlesen Also auf zum nächsten Haus, dann erstmal mal zurück Ich gehe jetzt an den Wald Wo bist du? Ich bin jetzt an dem Baum, wo du gerade standest Okay In so einem Busch drin? Ne, nur dahinter, ja Ah da, okay, ja Ich bewege mich so langsam zu dem begehbaren Haus Ja Ich frage mich, was die gemacht haben Wahrscheinlich sind die einfach weitergerannt Meinst? Ja Ich hätte es auch vergessen können, dass wir das schaffen, die da alle zu überwältigen Naja, klar Aber den Versuch war es wert Das war halt wirklich ein Versuch Ja Tschechischer Rucksack Ja Munition Noch ein Rucksack Nochmal Munition Du bist in diesem braunen Haus? Ja, in den doppelställigen Okay Ich stehe hier gegenüber am Wald Eine Bandage Ach ja Du hast nur eine Ahnung, wo man dann langsam hingehen Ja Ja Was war? Nach Zelle rüber Aber ich hoffe nicht über die Brücke Doch Über die Hauptbrücke Ja Nein, nein, über die Außen, über die bei Kleinheelen Okay Ich komme jetzt mal rüber zu dir Okay Okay So So Okay, ich erschüsse Du hast auch Schüsse? Ne, bist du einfach nicht Ich erschüsse Und zwar von rechts Ich gehe jetzt hier in die Waldgrenze Jetzt habe ich ihn gehört Ja Noch ein Ich bin jetzt hier an der Waldgrenze Ja Die Glocke übertönt das grad bei mir ein bisschen Deswegen Ich höre gar keine Glocke Okay, das scheint hier in dieser Stadt zu sein Ich stehe an so einem... Ah, du bist direkt neben mir Hinter mir Äh, ich bin hinter dir Ah ja Ich gehe mal ein bisschen weiter nach da Hm Das ist aber garantiert diese Viererbande Meinst du? Würde ich sagen Guck mal, da vorne ist die Brücke, da wollen wir hin Da wollen wir rüber Komm, wir laufen jetzt mal links lang Außerhalb der Mauer Ja Das ist das einzige was uns töten kann der Sniper Aber der ist Zu weit weg Na, wäre ich vorsichtig mit der Annahme Kommst du? Ah, da bist du okay Ich sehe, ich renne ein bisschen ab Wäre doof, weil wir von hinten überrannt wären Hinten rennt Zombies Da hinten rennt ein... Ist das ein Spieler? Der gerade auf die Brücke zurennt? Da musst du gucken, ich gucke lieber nach hinten Okay Ja, das ist ein Spieler der gerade über die Brücke rennt Das ist... Ah ne, warte Ich weiß nicht wer das ist Auf jeden Fall rennen da ganz viele Zombies ganz verrückt hin und her Da hinten rennt ein Spieler Ja, ich sehe ihn, der hat ne Waffe Der ist auch bewaffnet, ja Der ist auch zu weit weg Der ist auch zu weit weg Ähm Headrush Da kommt noch einer Ja, das ist die Bande Oder das ist jetzt ein Zombie gewesen Und das ist auf jeden Fall Headrush Er war Teil der Bande, ne? War er? Ich glaube schon Da ist Headrush, 305 Meter Ah Ja, der ist auf jeden Fall schon mal weg Okay, rechts ist gesichert Das ist scheiße, ich kann nicht über meine linke Schulter gucken Kann ich auch nicht Okay Scheiße, war das Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht ob ich es wissen will Der schießt auf jeden Fall von der Brücke aus Ja, das ist der Typ auf der Brücke Also Headrush meinst du Wahrscheinlich Aber der ist jetzt hinten von der Brücke runter Guck mal, Headrush hat doch jemanden getötet mit ner DMR Ja, der war dann wahrscheinlich auf der Seite hier drüben Ist ja gut, dass wir den nicht angegriffen haben Wieso hätten wir ihn getötet, hätten wir jetzt ne DMR? Wir hätten ihn aber nicht getroffen Sicher? Ganz sicher, also ich hätte ihn nicht getroffen Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob wir es rüberwagen sollten Da läuft gerade schon wieder einer rüber? Ja, Chris, das ist die Bande Das ist die Bande? Da ist wahrscheinlich Headrush vorgerannt Wenn er denn wirklich dabei war Chris? Sind noch mehr? Vielleicht laufen die auch einzeln Ich rück da vorne jetzt vor zu diesen Büschen da Da wären die aber nicht zusammen in eine Richtung gerannt Da hinten steht er Der wartet auf den Reicht doch Verdammt, hoffentlich schaffe ich noch rechtzeitig zu den Büschen Der sieht mich nicht, oder? Ne Man Headrush 354 Meter Ja Ja So Okay, ich sehe dich Ich habe schon wieder einen Schuss gehört von links Ich habe schon wieder einen Schuss gehört von links Ja, ich diesmal nicht gehört Ich habe schon wieder einen Schuss gehört von links Ich kann dir aber sagen, wenn da jetzt nochmal ein Spieler rüberläuft Der ist, der ist dann tot Und da hinten, da hinten, da drin aber immer noch Zombies Ich könnte mir jetzt hier sogar hin hocken und der würde mich drüben nicht sehen Aber das ist mir immer noch zu riskant Was machen wir jetzt? Eine gute Frage Beide mit dem er Okay Hm, ich würde sagen wir Ich weiß ja nicht, ob die an der Brücke campen, weißt du? Ja Wenn es wirklich ist, machen sie Ich würde es nicht machen, wenn ich Spieler wäre, weil das bringt ja nichts Wie selten kommt da schon einer da drüber Was du weißt, ich kenne deine Position gerade nicht Du siehst da doch so ein paar Büsche und einen Baum, mitten auf dem Feld Oder? Ja, du kannst mich nicht sehen, ich kenne den Busch von dir ausgesehen Hm Das war aber Chris, ich wollte mir eigentlich sagen, ich bin 286 Meter, ich glaube nicht, dass der da steht Ne, glaube ich auch nicht Ich weiß jetzt auch nicht Ich schraub jetzt einfach mal weiter Ich schraub jetzt einfach mal weiter Ja, mach das Ich wäre auch dafür, dass, also ich stelle mich jetzt mal hin hier, also nicht hinstellen, sondern hin hocken Jetzt müsstest du mich auch sehen Hast du den dumpfen Knall gerade gehört? So ein Schuss Ne Ah, jetzt sehe ich Ja Chris, du hast zwei hundertund 60 Meter in die Richtung, wenn ich jetzt zu dir gucke Echt, ja? Ja Mir wird ja nicht angezeigt Also scheint er wohl wirklich nicht mehr da zu sein Wahrscheinlich nicht was meinst du solltest versuchen über die brücke zu kommen ich würde es ganz ehrlich zu gefährlich finden dann sag was wir sonst machen wir können es gern trotzdem probieren na dann ich bin fast da hörst du die schüssel jetzt die typen kratzer war es dazwischen wirst du das hinter mir ja ja also ich war lange geschossen wollen wir als wagen mein freund wer geht zuerst ich geht zuerst sind die vielleicht aber dem müllhaut gehen wir einzeln schade ich habe keine bei den okulaus keine binokularis du rennst ja richtig meine frage aber wenn schon denn schon jetzt konnte ich auch kriechen aber was bringt mir kriechen ich will auf jeden fall leichen die drüben aufhören einer ok jetzt ich sprinte jetzt weiter ich will jetzt hier nicht abrücken halt werden ich hänge mit gerade mit meinem gesicht ein paar millimetern vom bildschirm meinst du kannst besser erkennen ob ein pixel einen potenziellen gegner darstellt richtig ok ich bin auf der anderen seite unter der mauer ja die verfolgen zum ließ ja ja wollen wir mal machen ich renne ich renne links davon mal in den wald also ganz andere brücke ruhig mal durch drunter durch rennen wenn du nach rechts gerannt bist ja